so und dann nehme ich hier mal die quest betritt die quarantänezone und suche in den docks nach einem boot na gut kann man jetzt hier nicht die tür aufmachen oder so jetzt wieder raus zur quarantänezone wurde die schon umbringen wollte ist ja 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 das ist ein elektro für die ganze zeit da oder kommt da kommt ein ding mit zwangsjacke ja vorbeilogen kohle hat es gerade einmal 47.000 erfahrungspunkte für gekriegt mal eine frage so du jetzt privat trägst du beha ich wusste dass der spruch kommt ja das aufmachen oder Hier, oder was? Ja. Wauhoff? 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 Was ist denn mit dem Bulldozer, oder was? Wahrscheinlich kommt in eine Videosequenz. Aber da ist ein Bulldozer. Vielleicht werde ich es einfach runterfahren. Bulldozer? Warte, jemand hat einen besseren Plan. Sag ihm! Ja, du kannst den Bulldozer sogar mehr niedlich machen. Lauf ihn mit etwas flammendes. Fühlkanisters vielleicht. Mach sicher, dass es nach der Gaten geht. Sollte wie ein verrückter Plan. Ich mag es. Benzinkanister sind hier auf der Ecke. Hier brauchen wir drei, oder was? Vier hätte ich gesagt sind dort. Dummdi dummdi dumm... Hat er schon einen? Ja. Ach so, die haben wir gar nicht alle hier, oder was? Na, die sind hier um der Ecke, alle. Ich hoffe, dass es gut ist. Ich hoffe, dass es etwas gut ist. Oh, das mal geht. Oh my, ich bin sicher. Er ist gut. Oberh Hue her, aber vielleicht noch ein bisschen hin. Nehmen Sie nicht. Porch hin, etwas nicht. Also, es geht nicht. Alles bereit ist. Ich mache es auf. Drücke, drücke Juri, drücke. Zum Glück musstest du jetzt nicht drauf ballern. Theoretisch müsste doch jetzt einen Haufen an die Rand kommen wegen dem Lärm. Level up! So, was nehmen wir denn? Siehst du das mit dem Nahkampfangriff und dann habe ich auch, dass ich dann schneller zur Raserei komme? Mhm. Was sollen wir jetzt hier machen? Sag mal. Das Boot finden vermute ich mal. Ist hier noch was cooles versteckt? Hier gibt es einen Haufen Munition, das ist schon wieder nicht eine Panzerfaust. Hattest du jetzt eigentlich eine Irrsinnsrakete? Was ist das denn? Panzerfaust natürlich nicht, ne. Frag mich, was die macht. Die Irrsinsrakete. So. Wo kommen die denn auf einmal alle wieder her, ey? Das gibt es doch gar nicht. Ey, wieso bin ich hier sehr tot? Ich bin auch gleich tot. Wo bist du? Wo bist du überhaupt? Na, ich bin nur hinter dir gewesen. Dann bist du irgendwie ganz woanders. Jetzt, jetzt sehe ich dich wieder. Don't let me die die! Hier kann man nicht rein? Doch, hier kann man rum, hier ist ein Waffenladen. Okay. Kein Waffenladen, aber... Oh, da kommt ja wieder so ein Zwangsjacken Dude. Hast du Raserei? Ne. Dann würde ich wahrscheinlich mal mit einer Panzerfaust aufballern. Das hat ich eine Panzerfaust zu nehmen, ja. Und was hast du? Willst du da für eine Panzerfaust nehmen? Warte. Wieso, was denn? Nein. Ich habe eine Granate geworfen. Oh, sag doch nicht mal Warte! Sag Granate! Noch einer. Gleich ist er weg. Sehr schön. Warte! Na ja, äh... Wie du sagst, was soll man jetzt hier machen? Das ist eine gute Frage. Runterspringen? Aber bringt das was, der runter zu springen? Nein, das geht ja nicht weiter. Aber geht gar nicht. Hä? Über die Kisten. Habe ich doch gemacht eben. Ne, da geht ja. Aufs Dach kommst du auch nicht, ne? Nö. Achso, war doch... Ne, da ist er noch höher. Ne, von den Kisten aus, mönntisch. Ja, habe ich getestet. Hä? Kann man hier über diesen Containerjumpen? Aria hier. Come on, daddy needs some new shit. Weißt du, oder? Ein bisschen Sport. Bin ich vernünftig. Da suckas? Okay. Da suckas? Okay. Ist bei dir Sackgasse oder geht's da weiter? Hm. Die Frau, dass es jetzt weitergeht. Weil hier geht's auch weiter. Äh? Komme ich jetzt nicht mehr rüber? Scheiße. Oh no. Oh. Ah doch, gut. Ah. Need to look for another way in. So, Sackgasse. Toll. Oh nein. Ach, leck mich. Jetzt hat mich auch noch so eine Uschi mit einem Messer angeworfen, ey. Ey, wieso hört denn der jetzt gar nicht auf mit Wintern, ey. Oh ja, hier sind groß weiter. Oh nie. Ich wusste nicht, was sie gegenüberstehen waren. Okay, kommt noch kleine Kram hier. Ah, ist schon tot. Oh, Wrestler kommt. Oh, Scher. Oh, Scher. Wieso trösten denn mich da noch? Ist der blöd oder was? Noch immer, oh Gott! Der Zwangsjacke scheiße, der hat mich ins Gesicht getreten hat er mir Oh shit, ja nein, ich wollte dich retten, hat nicht geklappt So, wo bin ich jetzt hier? Ich bin hinter dem Feuer Hinter dem Feuer? Ja Also der theoretische Sicherheit oder was? Zumindest sehe ich den Großen nicht Aber ich habe hier ein paar kleine Oh shit, jetzt kommt er her Ich lauf mal kurz weg Wie komme ich denn jetzt in das Feuer? Hier Ist natürlich eine krasse Aufgabe für so einen Studierten, ne? Nee, oh Ja, ja Jetzt kommt er, er kommt, er kommt Hehehehe 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 Oh, scheiße Hehehehe Hehehehe Na, dann bin ich ja tot Oh, scheiße Das ist irgendwie Das ist irgendwie Granate Oh, der kommt hier herrn Ich dachte, der kommt im Zelt nicht herrn Kann ich mir die Granate gar nicht fallen müssen? Das war blöd Er ist tot Und meine Raserei Ich habe eine Schnauze voll gehabt Du hattest Raserei und hast uns erst so lange durchgehen lassen? Ne, ich weiß nicht, ob ich die schon am Anfang hatte, ich glaube nicht So wie auch da Das ist in Ordnung Das ist eine Ordnung Nee 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 Das ist nicht Stehst du irgendwann ist auch mal gut hier Hast du verstanden oder was? Ist aber die Frage Wo muss man jetzt hier finden? Oh, hier ist ein Geheimakte Jui Ne, immer den Weg folgen Ich bräuchte mal wieder in den Werkbanken, hört mich aus. Hä, da war doch jene gerade. Was, wo denn? Da bei der Geheimakte. Was? Ja. Tatsächlich. Mensch, du sagst das nicht. Sag mal. Ja, was, was, sag mal. Ne. 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 Wo jetzt lang? Hier runter. Aber das ist ja auch eine Sackgasse. Hä, dann verstehe ich's. Dann weiß ich gerade auch nicht. Aber ich hab bloß noch einen Leiter gesehen, ich weiß bloß nicht, wie man da hinkommt. Was sollen wir machen jetzt hier gerade? Weiterkommen oder irgendwas suchen? Na, immer noch das Boot hier in dem Gebiet finden, aber das ist ja im Prinzip weitergehen. Und wenn wir hier runtergehen, hier nicht lang, oder was? Na, wenn es da runtergeht, keine Ahnung, hab ich nicht gesehen. Sieht gut aus. Trophäe halten die Docks. Wo ist denn das? Ja, aber hier geht's auch nicht weiter. Ach, da geht's auf. Oh, guck an. Suche einen Weg zu den Docks. Hä, das ist doch ein Schnellreiser. Bist du doof? Ah, hier. Bist du doof? 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 Na, nie, scheiße. Lache dabei, ey. Bist du doof? Bist du doof? Hey, die Frptschenlache. Bist du doof? Bist du doof? hier geht es nicht weiter ja also doch hier jetzt machen mensch was geht du bist so fett weil du wieder im weg rum ich stand natürlich irgendwie will sich nicht mehr wieder aufstehen war hier noch was in dem raum ich meine auch hier wo die werkbank war nein da war auch nicht klar bin aber deine sein kleinkram ja sie ist also war da nichts aber wohl damit lang ach so das hört sich böse an granate granate kreischer an die doch nicht doch wieso treffe ich die denn nicht so so da mache ich mal hier kurz ein päuschen so 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 Vielen Dank.